Ja, hallo meine lieben russischen Freunde, wo ich gerne mal hin möchte. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns sehen, dass ich eine Ausstellung in Düsseldorf habe und ihr mal nach Düsseldorf kommt und mich besucht. Und ich sage nur Nostrovi, Düsseldorf, Barioska. Und ich sage nur Nostrovi, Düsseldorf.